Sitzbillet zum 2 zu 1 im Mixt. Sophia Deichert, Hannes Hörmann im Einzel auf 2 gesetzt. Und es mit der Regen-Nummer so hinhaut. Gegen Nicolo Guino, da läuft sie bei Herrn München und seine Partnerin. Auf dem nächsten Video dazu mehr. Einfach googeln. Hörmann, Deichert, Picolo Guino und ein wie immer sehr aufmerksamer Schiedsrichter Richard J. Wiedel. Und umwerfend war er auch schon immer. Vielen Dank.